Warte mal, ich war vorhin unterwegs, ich habe noch nicht in mein Inventar reingeballert. Sollte ich eigentlich noch in mein Dingsing reingeballert? Sollte ich eigentlich noch was haben? Mal gucken. Ja, tatsächlich, volle, volles Kaliber. Heute, Väterchen Frost, heute Nacht Lichterloh, brennen, es wird Zeit, mich den Umzug anzupfen. Umzug, Startort, wurde verifiziert. Früher wurden diese Masken von den Teilnehmern natürlich während des gesamten Fest getragen, aber wir setzen sie erst kurz vor dem Umzug auf. Eins, zwei, ich sehe nur drei, äh, ich sehe nur zwei, drei, nicht viele. Feuers leuchtet und den Weg also, lassen Sie uns Fastnacht feiern. Der Fastnacht-Uppzug kann losgehen. Da ich den Umzug anzupfen, muss ich jetzt los und alle in Bewegung setzen. Frohe Fastnacht, schöne Fastnacht, Hurra! Eine wunderbare, schöne, frohe Fastnacht. Geht ihr ein verkreisender Fuß? Jetzt werde ich den Fastnacht rumschi. Gehen wir erst mal öffnen. Nicht nachmarschen, ja, Frau Petscher. Ich kann mich auch sichtbar machen, wenn ich gedockt bin. Aber nur ich stehen bleibe. Ich kann mich... Es geht... Ich kann mich wieder oben gut drauf sehen. Ich kann mich noch nicht auf, was ich bin. Bis zum nächsten Mal. Ich kann mich noch nicht mehr sein. Dann schnell wiederher flewren. Ich kann mich auch noch nicht auf den Weg nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, hier habe ich noch nicht genau einen Namen. Zeit zum Sterben. Das wird ein guter Kampf. Das wird ein guter Kampf. Ich glaube, ich habe mich getroffen. Ein bisschen weiter Wasser schneiden. Das wird ein guter Kampf. 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 Ich habe ein Gewichtsproblem. Okay. Das wird ein guter Kampf. Bekannt, bekannt, bekannt. Bauplan. Stange mit Bändern. Reicht das? Ja. 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 Ja.